Bist du Freaky Hexe93? Ich hab mir schon gedacht, dass du so ein Emo-Kind bist. Bei deinem Nickname. Hallo, Leonie? Hi. Hi, ich bin Sarah. Jetzt verrate uns mal, wie du richtig heißt. Gerda? Schneeessen. Die dritte Regiearbeit von goldene Kameragewinner Max Hegewald lief beim diesjährigen Max-O-Fühls-Preis-Filmfestival im Wettbewerb der mittellangen Filme. Gerda ist die weibliche Form von Gerd. So einen Namen kriegt man nur von Eltern nie einen Hassen. Gut, bringen wir's hinter uns. Wo geht's lang? Freaky Hexe93, kommst du an Tabletten ran? Kannst du vergessen. Es sei denn, du willst dich mit Antidepressiva vollstopfen, bis du dich totlachst. Viele machen es mit Autoabgasen. Das soll ganz leicht gehen. Drei junge Frauen treffen sich über einen Online-Chat zum Selbstmord. In einem Waldstück möchten sie ihr Vorhaben nun in die Tat umsetzen. Gehe. Habt ihr eure Briefe dabei? Mhm. Hab keinen. Konnt ihr mit einer rauchen? Der auf einer wahren Begebenheit beruhende Film wurde bereits konzipiert als ein Bewerbungsfilm für eine bekannte Filmuniversität, 2011 gedreht, aber erst jetzt fertiggestellt und ein Publikum präsentiert. Auch wir haben den Film bereits gesehen und durften dem Regisseur einige Fragen stellen. in der Film von Achtung. Und die Film wird bereits konzipiert als eine bekannte Film über den Film CO2. Mit dem Film wird auch nicht in Erschung. Ein Film zu einem Bewerbungsfilm, mit dem Film wpen, Das war immer so. Und das war immer so. Im Film hat einen Film.